Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin heute wieder am Radfahren. Und wo ich das mache, das erzähle ich gleich nach dem Intro. Ich fahre heute wieder eine Tour durch den Taunus. Das heißt, ich will so ungefähr zwei Stunden unterwegs sein und ordentlich strampeln. Dann reicht mir das für heute, für den Tag. Dann ist alles cool. Taunus heißt ja bergauf, bergab. Eine Stunde muss ich auf jeden Fall strampeln. Eine Stunde wird wahrscheinlich bergab sein. Naja, und der Rest kann man sich denken. Jetzt muss ich wieder bergauf. Guck mal, jetzt geht es wieder bergauf. Ich war kurz mal bergab. Aber jetzt muss ich wieder in die Pedale treten. So ist das halt hier. Das mache ich jetzt zwei Stunden. Ich bin schon ungefähr 20, 25 Minuten unterwegs. Und der Rest kommt gleich. Nach circa 45 Minuten geht es jetzt wieder bergab. Gucken, dass ich hier nicht die fette Fitze fahre. Geht es wieder bergab. Und die Beine sind gut. Alles super. Ist natürlich anstrengend. Anstrengend, wie eigentlich immer durch den Taunus zu fahren. So eine Stunde 15 Minuten. Dann muss ich gleich wieder auf die Rückfahrt sozusagen. Ich mache so eine Runde über die Käfter. Da geht es schon wieder bergauf. Natürlich bin ich auch immer mal eine ganze Weile im Wald unterwegs. Laut Navi ist es jetzt relativ weit im Wald. Ein paar Kilometer. Und recht dunkel. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Aber bei mir ist es echt dunkel. Auch weil ich diese olle Brille auf habe. Wegen dem Fliegenschiss. Und hier muss man immer gucken, dass man nicht irgendwo über den fetten Stein fährt oder sowas. Aber alles gut. Ich fahre jetzt eine Zeit lang im Wald lang. Und hoffe, dass ich ja bald wieder draußen bin. Unbeschadet. Das Wetter ist cool. Ist nicht warm, aber ist cool. Alles super. Stunde 30 habe ich jetzt. Und muss jetzt fett nach oben laufen, äh, laufen sag ich. Am liebsten würde ich laufen. Nach oben fahren. Und ich hoffe, ich bin hier gleich aus dem Wald wieder raus. Und dann geht es heimwärts. Und dann passt das alles. Gerade tut mir echt der Hintern weh. Das ist krass. Weil es anfängt so in dem Hintern weh zu tun. So nach anderthalb Stunden geht es meistens dann so los. Aber es hält sich sehr lange. Also man kann es recht lange aushalten. Aber trotzdem ist das so ein unangenehmes Ding. Oh, dieser Sattel. Dieser Arsch. Verdammt. Auch jetzt können wir sogar im Wald ein Auto entgegen. Das ist ein Ding. Na ja. Guck mal. Wie will er denn? Irgendwo ein Dixi-Klo abstellen. Da bin ich mal gespannt. Also beziehungsweise das kriegst nicht raus. Aber noch ein Ding. Irgendwo hier im Wald ein Dixi-Klo. Schwer, oder? Ah, ich komm hier aus dem Wald raus. Das ist gut. Das ist super. So, jetzt bin ich kurz vorm Ende. Zwei Stunden habe ich gleich nicht mehr weit. Ich komme mal um die Kurve da vorne. Da bin ich so gefühlt zu Hause noch ein paar hundert Meter. Also, das kann jeder nachmachen. Kann jeder fahren. Kann jeder Rad fahren. Kann jeder laufen. Kann jeder Workout zu Hause machen. Ist nicht schwer. Tut es einfach. Macht irgendeinen Sport. Irgendeine Übung. Und steigert sie. Am Anfang sind es drei Minuten. Später sind es fünf Minuten. Irgendwann sind es zehn, 15, 20, halbe Stunde. Immer weitermachen. Nicht nachlassen. Also, runter vom Sofa. Sport machen. Ich bin jetzt gleich zu Hause. Und hau mich wieder aufs Sofa drauf. Cheerio, Miss Sophie. danke.